Hi, schön dass ihr wieder reinschaut bei den Hardware-Checkern. Wir schauen uns heute ein richtig schickes ITX-Gehäuse aus dem Hause Fractal Design ein. Das ist das Define Nano S. Und natürlich, wir klären, ob das vielleicht was für euren nächsten PC ist. Und ihr habt sicher auch schon bemerkt, ich habe mir die Idee vom David ausgeliehen und habe mir jetzt auch so eine Drehscheibe besorgt für Gehäuse. Ich denke, das ist ganz cool. Dann kann ich euch das auch in einer 360 Grad Umsicht zeigen, was da alles dabei ist, was das kann und was alles reinpasst. Dazu jetzt mehr im Video. Die Define Serie von Fractal Design, die dürfte jedem Bastler oder auch Gamer ein Begriff sein. Viele von euch haben sicher auch ein Fractal Design-Gehäuse zu Hause. Wir schauen uns heute hier wie angesprochen das Nano S an, ein schickes ITX-Gehäuse. Wir haben hier die Variante mit Sichtfenster heute bei uns. Die kostet bei uns in Deutschland aktuell knapp 65 Euro. Wenn ihr auf das Sichtfenster verzichten könnt, dann spart ihr euch 5 Euro, denn dann gibt es das Case hier für knappe 60 Euro. Schauen wir uns zunächst mal an, was ist denn alles dabei? Natürlich das Gehäuse, dann hier ein kleines Zubehörpaket mit allen Schrauben und noch eine kurze Anleitung bzw. ein Handbuch dazu. Die Umwurpackung spare ich mir an dieser Stelle, das ist einfach nur eine normale Kartonage. Das Define Nano S, das gibt es nur in schwarz, aber entweder mit oder ohne Sichtfenster wie angesprochen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal bei der Front an. Die Front ist Define typisch sehr schlicht gehalten, ebenfalls natürlich in schwarz. An der Seite hier die typischen Belüftungsschlitze und hier vorne die Alu-Brushed-Look. Allerdings ist die ganze Front aus Kunststoff gefährdet, tut allerdings der hochwertigen Verarbeitung keinen Abbruch. Der restliche Teil des Gehäuses, der besteht dann aus Stahl, was natürlich schwarz lackiert wurde. Das sieht man natürlich auch sehr schön hier an Seitenteilern mit dem Sichtfenster oder auch an der Rückseite. Rückseite ist natürlich interessant. Wir sehen hier, das ist quasi der Aufbau eines normalen ATX-Towers, nur eben für ITX ausgelegt. Wir haben hier oben den ATX-Ausgang, dann haben wir hier zwei PCI-Steckplätze, die werden meistens von der Grafikkarte dann benutzt werden, nehme ich jetzt mal an. Und im unteren Teil, da passt sogar ein normales ATX-Netzteil rein. Interessant ist auch, Fractal Design hat hier auch schon einen 120mm-Lüfter im Heck vorinstalliert. In der Front ist sogar ein 140mm-Lüfter drin. Wenn wir uns dann das andere Seitenteil ansehen, dann sehen wir natürlich, ist ein Stahlseitenteil, da gibt es nichts groß zu sagen. Was vielleicht noch interessant ist für Silent-Freunde, die Seitenteile bzw. und der Deckel und die Front, die sind gedämmt. Jetzt, da wir hier die Variante mit Sichtfenster haben, ist das Teil mit dem Sichtfenster nicht gedämmt, aber Front, das Seitenteil und natürlich der Deckel sind dann gedämmt. Ich habe das Gehäuse jetzt einfach mal gedreht, dass wir einen besseren Blick auf die Unterseite haben, als natürlich gleich auch noch auf den Deckel. Auf der Unterseite fällt auf, vier gummierte Füße natürlich und ein riesengroßer Staubfilter. Der sorgt dafür, dass euer Netzteil oder auch euer Lüfter, den ihr optional am Boden montieren könnt, ein 120mm-Modell, nicht den ganzen Staub ins Gehäuse reinzieht. Ihr wisst das ja oder beziehungsweise kennt es auch zu Hause, unterm Tisch ist meistens floschy zu Hause, das Staubtier. Aber Spaß beiseite, den Lüfter bzw. den Filter der Lüfter, den kann man dann einfach hier rausziehen. Kann also sehr einfach gereinigt werden und wenn er dann sauber ist und wieder trocken, wenn man zum Beispiel nass abgewischt hat, dann kann man einfach wieder reinstecken und dann funktioniert das wunderbar. Ja, werfen wir einen Blick auf den Deckel. Der Deckel, der sieht so aus. Wir haben hier im hinteren Bereich eine Abdeckung. Unter dieser Abdeckung im Inneren des Gehäuses ist es theoretisch möglich 240mm, 220mm oder wahlweise natürlich einen 240mm oder einen 280mm Radiator zu installieren. Also auch für Freunde von Wasserkühlung ist hier vorgesorgt, aber dazu komme ich nachher nochmal kurz. Dann das RO-Panel, hier natürlich ein sehr großer Powerschalter mit dem typischen LED-Ring, dann ein Reset-Knopf, zweimal USB 3.0 sowie ein Audio-In und ein Audio-Out, runden das ganze RO-Panel dann ab. Wie bei den meisten Define-Gehäusen kann man auch bei diesem Gehäuse hier die Front einfach nach vorne abziehen, dann hat man sie in der Hand. Das RO-Panel ist hier oben extra befestigt, das heißt man hat hier kein Kabelwirbel, wenn man das abzieht, das ist schon mal top. Dann ersichtlich hier drin auf der Rückseite natürlich das Dämm-Material, das dürfte vor allen Dingen Silent-Freunde freuen. Dann auch ersichtlich hier ein riesengroßer Staubfilter, der deckt die gesamte Front ab und dient dazu, dass die Lüfter, die an der Front montiert sind oder wahlweise auch der Radiator, den Staublicht ins Gehäuse ziehen. Kann man auch ganz einfach abmachen, so sieht es dann aus und schon habe ich es in der Hand. Zum Saubermachen einfach tiptop, wenn es sauber ist, wieder reinhängen und fertig ist die Sache. Ja, natürlich interessant, wie sieht es denn mit dem Innenleben aus, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe die Seitenteile schon mal entfernt, da ist sehr cool zu erwähnen, die Schrauben hinten sind am Seitenteil fixiert, das heißt, wenn ihr die rausdreht, dann labbern die nicht bei euch auf dem Tisch rum, sondern bleiben am Seitenteil dran, so hat man sie auch immer da, wo man sie dann wieder braucht, wenn man das Gehäuse wieder zumachen möchte. Ansonsten im Inneren, so sieht es aus, hier oben kommt das ITX-Mainboard hin, da seht ihr auch schon eine Backblade-Aussparung, da ist aber noch ein weiteres Modul drauf, dazu komme ich gleich noch. Dann im unteren Bereich natürlich Platz für ein normales ATX-Netzteil und hier zwei PCI-Slots für zum Beispiel eure GPU. Die GPU darf im Gehäuse bis zu 31 cm lang sein, das ist mehr als ausreichend, denke ich, für alle modernen GPUs, sollte jedoch zwei Slots überhaupt nicht überschreiten, denn der Abstand zwischen der GPU und dem Netzteil, wie wir dann später sehen werden beim Einbau, der ist relativ gering. CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 16 cm passen rein, auch das sollte mehr als ausreichend sein. Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, es gibt kein Laufwerkskäfig, wo zum Henker kommen die Festplatten-SSDs hin? Dazu hat sich Racktail-Design etwas ganz Besonderes ausgedacht, nämlich ihr habt im Gehäuse die Möglichkeit bis zu vier 2,5 Zoll Laufwerke oder wahlweise zwei 3,5 als auch zwei 2,5 Laufwerke zu installieren. Eine Möglichkeit haben wir hier auf diesem Bracket hier, da kann zum einen mal ein Laufwerk hin und die anderen können dann auf der Rückseite montiert werden, deshalb drehen wir jetzt das Gehäuse einfach mal auf unserer schicken Drehscheibe. Dann sieht man, hier können noch Laufwerke installiert werden und hier. Also ist es genügend Platz vorhanden, um auch sehr viel Datenspeicher da reinzubauen. Wer jetzt natürlich dachte, ja gut, wenn das so geräumig ist, da passt doch ein optisches Laufwerk rein, da muss ich euch leider enttäuschen, denn das passt hier nicht rein. Wenn ihr sowas benötigen solltet, solltet ihr beim Nano S am besten auf ein USB-Laufwerk setzen. Mit verbauter Hardware sieht das Nano S dann so aus. Das hier ist jetzt ein FM2 Plus-ETX-System mit einem Athlon 845 und einer AMD RX 480 GPU und ein ATX Seasonic-Netzteil, 16 GB RAM von Clef und auf der Rückseite montiert eine Crucial MX200 mit 500 GB. Hat alles ohne Probleme da reingepasst, wie ihr sehen könnt, dennoch gibt es einige Kleinigkeiten, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Das erste ist im Lieferumfang, gibt hier noch so einen Lüfter Y-Weiche dabei, das finde ich sehr cool. Viele ETX-Boards haben nur einen Lüfteranschluss für Gehäuse-Lüfter, wie zum Beispiel auch das MSI hier. Da ist das sehr praktisch. Ansonsten vom Einbau her hat mir sehr gut gefallen das Netzteil, das ist sehr gut gelagert hier unten. Aber ein Problempunkt an der Sache, ihr seht es hier, der Abstand zwischen Netzteil und GPU, der ist sehr gering. Ist jetzt hier nicht so dramatisch, da ich hier auf ein Referenzdesign der RX 480 setze, die verfügt hier über einen Radiallüfter, drückt also viel Luft hinten raus. Wenn ihr jetzt eine normale GPU habt mit Axiallüftern, dann rennt der erste Lüfter hier quasi komplett im Leeren, in Anführungszeichen, da einfach das Netzteil hier zu nah ist. Weiterhin, wenn wir uns das Ding mal von der Rückseite betrachten, gibt es einen kleinen Kritikpunkt an diesen Gummiöffnungen hier. Die gehen öfter gerne mal raus, besonders wenn die Netzteilkabel sehr störisch sind. Deshalb habe ich jetzt das hier einfach mal so gelassen, wie es ist. Die lösen sich ein bisschen. Da kann man selbst nachhelfen und es festkleben, wenn einem das stört oder man macht sie einfach ganz weg. Ich persönlich war da eh nie ein großer Fan von diesen Gummidingern. Ansonsten, wir haben auf der Rückseite des PCs hier genug Platz, um die Kabel theoretisch sauber zu verlegen. Sieht man auch hier an der Aussparung. Ich habe das jetzt mal auf die Schnelle eben so gemacht. Um mal zu verdeutlichen, wo man hinten zum Beispiel eine SSD verbauen kann, so sieht das Ganze aus auf diesem Rahmen. Das geht sehr einfach von der Hand und auch sehr gut. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch eine 3,5 Zoll Festplatte hinbauen. Ist noch zu sagen, ihr seht schon, das Gehäuse ist relativ voll. Ich habe jetzt mal auf einen großen Luftkühler verzichtet. Aber ich empfehle euch schon einmal, wenn ihr euch das Gehäuse zulegt, kauft euch dazu ein modulares Netzteil. Dann habt ihr schon mal nicht den Stress, dass ihr Kabel irgendwie verstauen, verlegen müsst. Die ihr eigentlich gar nicht braucht. Das Weitere natürlich, hier die Festplattenmontage. Hier mit diesem Ding hier auf dem Boden unten. Das ist ein bisschen umständlich gelöst. Da müsst ihr von hinten das abschrauben und so weiter. Daher empfehle ich, wenn ihr nicht mehr wie drei Laufwerke haben möchtet, dann benutzt einfach die auf der Rückseite. Die sind nämlich hervorragend einfach zu installieren. Ansonsten empfehle ich euch auch, dass ihr alle Stecker am Mainboard, wenn ihr das Teil hier eingebaut habt, einsteckt, bevor ihr irgendwelche Karten oder Kühler drauf macht. Denn ihr seht schon, trotz dessen, dass es natürlich für ETX-Verhältnisse ein sehr großes Gehäuse ist, kommt man hier etwas in Platznot. Wenn man da jetzt noch einen großen Kühler drauf hat, dann kommt man mit den Händen da nicht mehr rein. Ansonsten Wasserkühlung natürlich, wie angesprochen, ist hier auch möglich. Habe ich jetzt nicht getestet. Allerdings, das Gehäuse bietet dafür sehr viele Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Vielleicht noch zum Schluss. Sehr interessant ist, die verbauten Lüfter, die hier vorinstalliert sind, die sind sehr leise, auch bei 12 Volt. Das gibt einen dicken Daumen nach oben, denn die meisten Gehäuse bieten ja meistens eher lautere Lüfter, wenn die serienmäßig da mit dabei sind. Fine Nano S von Factor Design sehr gut gefällt. Es ist hochwertig verarbeitet, es bietet ein sehr schlichtes und tolles Design. Ein Haufen Features, es passt jede Menge rein. Und es kostet mit knapp 65 Euro hier mit Sichtfenster nicht die Welt. Die Lüfter, die mitgeliefert werden, sind sehr leise. Die Montage geht sehr einfach. Ihr bekommt hier wahnsinnig viel rein für ein ETX-System und auch das Sichtfenster. Das ist keine getönte Scheibe, sondern die ist glasklar. Auch das ist für mich ein Kaufkriterium. Ansonsten, es gibt überall Staubfilter und auch ansonsten gibt es an dem Gehäuse gar nichts groß rumzunörgeln. Kleinigkeiten, die mich gestört haben, das war zum Beispiel, dass das hier ein bisschen fummelig ist, hier unten mit dem Laufwerkskäfig. Dann auf der Rückseite, dass sich hier diese Schlauchdurchführungen beziehungsweise Kabeldurchführungen rauslösen, diese Silikondinger. Ich mochte die Dinger sowieso noch nie. Vielleicht noch am Rande sei erwähnt, Fractal Design setzt hier nicht auf ein werkzeugloses Montagesystem. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich halte da genauso wie der David gar nichts von. Ich stehe immer noch auf normale Schrauben. Das wäre es soweit von mir. Ich hoffe, das Video zum Fractal Design Nano S hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Fragen, Kritik und Anregungen wie immer in die Kommentare und schreibt mir doch auch, ob das Gehäuse zum Beispiel was für euch wäre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.